BioCatolette – sanftes Hygienestreu, ökologisch vorbildlich. Das mittelständische Unternehmen Catolette GmbH & Co. KG produziert europaweit Produkte für den Groß- und Einzelhandel sowie für Fachmärkte mit dem Sortiment Kleintier- und Katzenstreu. Randabschnitte und Stanzreste aus der Hygiene- und Verpackungsindustrie sind Rohstoffe mit besten Voraussetzungen für unser Qualitätsprodukt. BioCatolette ist die Öko-Katzenstreu aus Zellulosefasern. Einfach und hygienisch, absolut umweltfreundlich und klimaschonend produziert nach ISO 1440. Der Test zeigt, dank der saugstarken Zellulosefasern wird in den ersten, wichtigsten 5 Sekunden mehr als 180% Flüssigkeit sofort gebunden. Sie schließen Gerüche auf natürliche Weise ein. Nichts sickert durch. Es haftet nichts auf dem Boden oder an den Rändern. Die für Katzen und Halter angenehm riechende Hygienestreu enthält Duftwirkstoffe, die zusätzlich und sicher Gerüche neutralisieren, bevor sie entstehen können. BioCatolette Hygienestreu ist leicht im Transport. Der 12-Liter-Beutel wiegt nur ca. 4 Kilo, ist angenehm, staubfrei und stellt keine Belastung für die Atemwege der Tiere dar. BioCatolette – sanftes Hygienestreu, ökologisch vorbildlich.